Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Walking Dead. Ich werde jetzt nicht viel reden, beziehungsweise nicht sagen, was in der letzten Episode passiert ist, weil das Spiel das nämlich von alleine macht. Denn wir sind schon bei Episode 2, Hungersnot, angekommen. Auf Englisch heißt es, glaube ich, Starved for Help oder so, also irgendwas mit Verhungern und Hilfe. Ja, dann starten wir gleich mal. Ich weiß, wer du bist. In der Runde! Du bist all bei dir selbst durch das? Ja, ich will meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Und du? Du hättest ein Blick auf die fronten Tür. Du bist unser Schau. Es ist Doug. Du hast es. Und Carly. Okay, Carly. Also nicht zusammen, aber halt so zusammen. Stimmt, wir hatten ja auch Carly gerettet. Doug musste leider dran glauben. Oh mein Gott. Und ich gebe keine Scheiße, was zu dir passiert. Aber wenn irgendwas zu meiner Tochter oder der kleine Mädchen, die du mit dir hast, du guckst deinen Scheiß. Oh ja, damit fängt doch schon mal die Episode richtig toll an. Dann erscheint, der läuft sich schon... Okay. Kommt jetzt nochmal ein Intro, oder kann ich jetzt schon mal... ...jetzt erzählen? Okay, nee. Jetzt kommt der erste Intro. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment und einer Übersetzung von Schöte. Ii, das ist ein Zombie. Drei Monate später. Oh, die hat neue Kleider. Oh, was ist das denn? Oh, der Armhase. Oh, der Armhase. Wer ist denn das jetzt überhaupt? Ähm. Wer macht sie das denn überhaupt? Ich hoffe, dass wir hierher sind. Ich hoffe, dass ich so. Ja, zwischen dem Lacken und Kenney und Lilly, die immer so lange kämpfen, Dinge sind ziemlich intensiv, nach dem Motor End. You know, Kenney's been talking about taking off, wenn er das R.V. auf geht. Ah, der alte Mann. Oh, da war ein Rabe. Mark. Der Typ heißt Mark. Schade, dass wir das nur durch diese Info da erfahren, erfahrt haben. Fuck you, Handy. Stech ich gleich mal auf lautlos. Der Rabe. Ähm, ja. Ups. Oh, der Rabe. Wow. Hoffentlich war es nicht Kenny. Oh nein! Oh nein! Los, 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 rennt. Hoffentlich ist es wirklich nicht Kenny, sonst haben wir echt gearscht. Gott. Wo rennen die denn hin? Dem Schrei hinterher. Los! Oh, da sind drei Leute. Keiner davon ist Kenny. Der ist in der Bären voller. Oh mein Gott! Oh, da ist er gut. Kenny. Sehr gut. Oh Gott, verdammt. Get, get it off me! Travis! Maybe they can help! These might be the same guys that raided our camp and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a Bärtrapp out of here? What the hell happened? Mr. Parker said we should stay off the streets. We were trying to be careful, but... Okay. Lee, this is fucked up. We've got to help her. Er ist in eine Bärenfallerei. Oh, das müssen Schmerzen sein. Äh... Okay. Oh nein, da kommen schon die Zombies. Oh nein! Okay, und jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen mit dem Ding? Wie sollen wir den raus, dann, wenn es keinen Öffnungsmechanismus gibt? Ich will einfach mal die Falle kaputt schlagen, weil... Weil ich will wirklich nicht, äh, das Bein jetzt hier abschlagen. Okay, ich glaub, wenn wir ihm... Oh nein, ich kann ihm aber nicht das Bein abschlagen. Okay, wir müssen dem das Bein abschlagen. Ja gut, dann müssen wir... Tut mir leid. Oh nein, es kann... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, warum... Die Kette! Ich hätte die Kette durchschneiden sollen. Die Kette! Nein. Nein, die Kette. Okay, es geht auch noch das Bein. Oh. Gott. Der Arme, Mann. Das tut ihm doch noch viel mehr weh, als es vorher getan hat. Oh. Noch einmal, noch einmal. Alter, warum schlägst du... Ja, okay, noch einmal aufs Bein schlagen und dann... Oh. Oh, das ist der Mann. Ohnmächtig. Oder tot oder so. David. Oh mein Gott. Das Bein. Oh Gott. Los, bald euch die Zombies. Los, 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 los. Los. Los, renn doch. Renn doch, renn doch. Weg, du Döde. Oh Gott. Ja. Das war's wohl mit Travis. The Walking Dead. Das war mal ein mächtiges Intro. Errungenschaft freigeschaltet. Going Hungry. Was schlägt der da mit dem Stein auf den Zaun drauf? Episode 2, Hungersnot. Geschrieben und Entwerfen von Mark Darin. Hast du echt toll gemacht, Mark. Geschichte von Chuck Jordan. Chuck hast du auch toll gemacht. Der Rest hat's auch toll gemacht. Ich hab keinen Bock, jetzt die ganzen Namen vorzulesen. Ja, was guckt ihr denn so grimmig, eh? Ich hasse den Typ. Ist das jetzt nur Kenny und Lee und so, die sie da gehört hat? Oder andere Leute? Oh Gott. Clementine, ich würd lieber aufhören, sonst rastet die gleich aus. Okay, ist nur die. Oh, die ist nicht so begeistert, dass wir schon wieder neue Leute mitbringen. Okay, ich wär auch nicht begeistert, würde man in der Zung der Apokalypse immer wieder neue Leute mitbringen. Oh, klein mit rein, ja, wir sind okay. Lee! Ich weiß nicht. Lee! Was zur Hölle? Du kannst nicht nur neue Leute hier bringen. Was denkst du? Hey, willst du dich aufhören? Nein, ich weiß nicht. Ja, ich bin ja auch nicht so grad, äh, amused, dass da jetzt neue Leute sind. Lee, aber... Da ist schon wieder die Frage, wie wär's, wenn du der gewesen wärst, der auf dem Boden lag? Wird es auch noch Hilfe? Wird es dir auch Hilfe gewünscht? Just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth of... Okay, das ist jetzt scheiße, dann habt ihr den ja nur ausgenutzt. Das ist kacke, Lilly. Fine, you guys fight it out there. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. W-what? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group? But we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to read this... Carly hat mal wieder recht. I'm happy to have me distribute the food when there was enough to go around. But now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter, if you're a guard, I'm here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence. But sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? Richtig, mach dich mal nützlich, würde ich auch mal sagen. Eine Fresse ziehen bringt dir auch nix. Oh, ich hasse diesen Typ. Everyone's starting to hate me, because I'm the one that rationed the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. What the fuck? Was ist denn das überhaupt alles? Was haben wir denn jetzt bekommen? Vier Essensrationen für zehn Leute. Vier für zehn Leute. Oh Gott. Clam auf jeden Fall was. Erstens, weil sie unsere Kleine ist. Zweitens, weil sie letztens gesagt hat, sie hat Hunger. Eins für die hier, weil die dem Typen hilft. Die braucht hier irgendwas. Ja. Is he gonna be okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Yep. Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this. Sewing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing. But please, this man has no leg. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the other. I need a little space here anyway. Okay, dann gehen wir halt zuerst zu Clementine. Das sind wahrscheinlich die Lern-Essens-Rationen. Okay. Wo ist dein... Wo ist... Genau, wo ist die Mütze? Ja. Sure. When did you lose it? I had it a couple of days ago. I promise. If I find it... Hallo, es ist eine Zombie-Apokalypse. Da klaut einem doch nicht jemand den Hut. Why don't you go back to the plane with Duck for a while? Okay. Ja, ich wollte dir aber grad Essen geben. Hey, Erklim. You need something to eat. Äpfel... Cracker und Käse. Piece of jerky heißt es nicht. Ein Stück Fleisch. Ich gebe dir mal das hier. Ich weiß grad nicht, was Jerky direkt ist. Ja, Fleisch. Ich glaube, Sunday ist irgendein... Asiatisches... Ich glaube, sogar koreanisches Essen. Drei. Okay. Leider müssen wir Duck etwas geben. Aber wir geben denen nur den Apfel. Boah, wer guckt, ey. Ich hasse den. Is there peanut butter? Sicher doch. Noch irgendwelche Wünsche? Cola? Probably not. Eine Pizza? Boah, ey. Duck. Dem Typen geben wir nichts zu essen, weil die haben ja grad... Die sind ja grad vom Camp gekommen. Können wir uns eigentlich auch selber geben? Ne. Ich hätt sowieso nicht uns selber gegeben. Oh, ey. Du kriegst kein Essen, ne? Dafür kriegt... Mark. Mark kriegt Essen. Hier. Eat something. Thanks, Lee. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Yeah. Give us that thing for bed. Dem alten Mann vertraue ich's dir nicht an, aber dem... Here, Mark. This should help. Mark schon. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Come on, man. Give it a rest, man. Things are different. Being a racist is outdated. Oh. And that's what you think this is? The Sichtspackungen. Yeah. That's right. And what are you gonna do about it? Look, I don't care what it is, but you two have got to start trying to get along. The only thing I have to do is protect my daughter. And right now that means getting this damn wall fixed. So I would appreciate you. And you two would shut up and let me get back to work. Oh, some of these people have gone longer than me without food. They're the ones that are. Also, ich überlege gerade schon die ganze Zeit zwischen Carly und Lily. Weil die will's ja nicht. Kenny brauch's, glaube ich, auch nicht. Welche sie trauen. Ich muss kurz überlegen. Die, die, oh, die ist sowieso schon, die ist voll abgemagert. Aber, ne, wir geben lieber Lily. Weil die muss das jeden Tag machen. Und ist, denke ich mal, direkt, äh, also nicht, die ist halt voll kaputt, gar. Aber, deswegen soll sie es lieber nehmen. Tut mir leid, Carly. Nope. Naja, für mich schon, wäre ich jetzt lean ein. Oh, Larry. Na, war mir das so klar. Oh Gott, was gibt's? Katja, 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 oder wie die heißt. Oh nein. Tot. Can't come back, there's nothing. Let him go, Katja. What? He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried, but he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. Oh, schade. What about the other kid? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Oh mein Gott. Hilfe! Nein! Oh mein Gott, was ist los? Nimm doch die scheiß Axt und töte ihn jetzt. Oh mein Gott. Ihr, die Augen. Oh mein Gott, wie eklig. Where are die Augen? Oh mein Gott. Wie eklig. Yeah, thanks. Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed. You said he wasn't bitten. What? We asked you, point out what he was bitten, and you said no. He wasn't. Well, you're not bitten friend here, came back to life and tried to kill my wife. What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? Was? It's not the bite that does it. You come back, no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. Oh ha. You're all infected? Everyone? I, I guess so. Aber just what? I, all I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think? I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning and... God. Okay, egal wie man stirbt, kommt man erst damit zurück. Was wär's das denn? Brother, we, we just want to know if y'all can help us out. I said back off, Carly. Are you armed? Yeah. For protection. Dead could be anywhere. But, uh, I think you got the upper hand here. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, you want a dairy farm a few miles up the road. Y'all be willing to lower your guns. We can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark take the place out? I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, uh, what do y'all think? Sollen wir mit oder sollen wir nicht? Eigentlich will ich da gar nicht hin. Nö, wir bleiben hier. Wir werden hier eine gute Vibe hier in der Motette entwickeln. Gute Vibe? Well, Christ, Adio. Ich bin sorry, die Leute mit der Essenz und Gefängnis haben nicht deinen schönen roten Arsch. Dann stimmen wir halt demokratisch ab. Und wenn wir nicht? Dann bleiben wir in diesem wachsenden Roach-Motel mit deinem rekreativen Papierbeutel da oben. Plus, wir bleiben nahe nach Macon, wo wir die Pharmacierungen haben. Für den Vater. Kenny? Katja? Wir gehen. Vater? Dann gucken wir uns das halt an. Was mit Clementine? Was denkst du? Wee, I'm very hungry. Alright. Looks like we're going to be here. Also, darüber bin ich jetzt nicht so erfreut, wenn ich ehrlich bin. Hört sich ja echt schön an. This Lily-Kenny thing is starting to get ridiculous. Personally, I'd be happier if you started to take charge more. Lily's way of running things is smart. It's not easy. But it's keeping us alive. Or maybe you just don't want to be in charge. Well, not everyone thinks I'm so trustworthy. Because of your past. Does anyone else know? Die meisten wissen das ja gar nicht. Mary knows. Great. That can't be easy. Clementine might know. She was there, when we were talking in the drugstore. And asked me about it. I lied to her, but... What exactly did happen with the Sunday night? Ach ja, was ich noch sagen wollte. Carly und Duck sind gar nicht zusammen. Ähm. I only know what the press was told. I don't know your story. Sometimes I wonder if I should talk to the group about it. You don't have to. Whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore. Not sure everyone would see it that way. Maybe you're right. Listen, over the years I've reported on some pretty messed up shit. I've seen situations like yours a hundred times. It doesn't have to make you a bad man. I, uh, really appreciate that. I mean, thank God Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Um... I grew up in Macon. Right here in the heart of Georgia. That's what I like to hear. Y'all seem pretty settled in at that motor in. Who's running things over there? Lily. She runs a pretty tight ship. Her and her dad are ex-military. Yeah, she knows her shit. But she needs to know when to back off sometimes. How many people you got over there anyway? Wie viele waren 10, gah? Well, the kid here is our newest arrival. But we're all looking forward to some food. We really need it. Ah, ne, wir sind ja 9 und mit dem Typen 10. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food and quite frankly, we could always use an extra help in hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember. But now it's... You think you're going to cut me out of this? Shit, get down. Huh? No one's trying to cut you out of anything. You and Carrie are always pulling this shit. Fucking bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Shit. Fucking assholes. You knew we were hungry. And you guys were keeping it off of yourself. There's only two of them. Oh no, there's not more of them. We ate it all. What are you going to fucking do about it? Don't worry. Danny and I got you covered if something happens. But let's just wait this out. I hope they move on. Fuck you! Okay. Huh? Huh? Fuck you! Fuck you! Jesus! Oh my God. The world out here has gone to shit. Come on. Let's get to the dairy where it's safe. Das dauert wahrscheinlich wieder zu 2-3 Stunden bis ich hochgeladen habe. Aber egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Und das war's.